Geh weg. Und du gleich mit. Du Äffchen. Geh weg, Mann. Du, auch uns sind weg. Yo, meine Bros und Bro-Diens da draußen und herzlich willkommen beim Blogler und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars. 2x5 spielen wir heute. Oder 2 gegen... Also 2 Teams. Ah, 5 Leute. Ach, ihr wisst schon. Und zwar auf dieser komischen Boots-Mappe. Okay, die ist eigentlich ganz lustig. Hä? Das sind 4 Teams? Nein. Nein, nein, es sind 2 Teams. Alles ist gut. Wir brauchen natürlich erstmal zum Silbereisen bauen, würde ich sagen. Also hier so hin und dann hier so sowas und hier und zack. Und hast du nicht gesehen? So, einer fängt schon an, sich da ein bisschen hin zu prügeln. Finde ich gut. So, der bau dich ruhig ganz alleine hoch. Genau. My friend. Yo, my friend. My friend. My friend. My friend. Na, komm schon hoch. So. Jetzt mal in die Richtung ein bisschen. Viele Blöcke habe ich ja nun nicht mehr. Na, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die Runde geht ein bisschen schnell. Chanel, 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 Chanel. Ich möchte ja nun zu einem immer über 20 Minuten kommen. Das ist immer ein bisschen doof. Ach so. GroKo, nein. Ich Mongo. Okay. Du Mongo. Du Mongo, ich Jane. Oder so. So, der Affe baut weiter. Ist das... Ist das unsere... Alter. Guck mal da, was die da machen. Von hinten. Von hinten. Ja, ich weiß. Los, 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 los. Go, 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 go. Schnell, 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 schnell. Komm, ein Gold noch. Ein Gold. Da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell. Ja, Gott sei Dank. Er hat es gepf... hat es gepf... Aber unser Bett ist durch. Ja, super. Ja, super, Alter. Ist doch nicht wahr. Nein, nein, nein. Du kriegst mich ja nicht runter, Alter. Vergiss es. Ja, Mann. Alter, komm schon. Jetzt ist unser Bett schon down. Ehrlich? Das wird natürlich jetzt eine mega anstrengende Runde. Also richtig. Fuck, 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 fuck. Das war keine schlechte Taktik von denen. Keine schlechte Taktik, muss man sagen. Muss man leider zugeben. Muss man einfach leider zugeben. War echt gut. Jetzt stirb! Du Affe! Das Bett ist doch eh schon down, du Idiot Was ist dein Problem? Geh weg, Mann Du sollst einfach weggehen da Du weggehst? Du Affe, ohne Scheiß Okay Down, 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 down Das nervt, das nervt, das nervt, das nervt Was macht der da eigentlich? Was hat der da für einen perfiden Plan da? Kannst du mir das erklären? Was ist denn das? Mann Fuck, wir müssen jetzt hier irgendwas reißen Wir müssen jetzt hier derbe irgendwas reißen Geh kacken, Alter Geh einfach scheißen Geh weg Und du gleich mit Du Affe, geh weg, Mann Du auch instant weg Hier geht alles schön weg Habt ihr das verstanden? Du brauchst gar nicht anzufangen, so eine Scheiße da zu bauen Das wird nichts, Alter Das geht einfach nicht Oh, ich bin richtig geladen wegen diesem Affe Oh, das war viel zu hoch Ups Hi Hi Er hat aber eine Glück gehabt So, der ist da hinten irgendwo So, der ist weg Irgendwie Da ist noch einer recht gut equipt Den würde ich mir gerne holen Gerade die gut equipten halt Aber den werden wir nicht so kriegen Ja, der ist weg, das ist gut Da ist einer von den besser equipten Er ist gerade da gespawnt Den habe ich direkt wieder getroffen Das ist natürlich cool gewesen So, ihr braucht das gar nicht zu versuchen Da durchzukommen Ohne Scheiß Ja, was bringt es dir, wenn du da stehst? Bringt es dir doch überhaupt Nicht, du Vollhonk Naja, dann hol dir dein komisches Silber Haha Äffchen Okay, das ist jetzt nicht gerade spannend Was ich hier mache Aber Es ist effektiv gerade erstmal Naja Ich werde mich da jetzt nicht zurückhalten Irgendwie Die einzuschränken, wo es geht Weil so ein mieser Plan von denen Ohne Scheiß Natürlich, auf der Map ist es natürlich richtig möglich Gut möglich Aber keine Frage Ja, toll, was ist das denn? Ob du weggehst, Alter So nicht, Freunde So nicht Yeah Bitch, please Den habe ich Den habe ich Und tschüss Bitches So, einer fehlt jetzt noch Ja, das war's Das war eine Oh, eine Knappe-Runde Oh, nice one Nice one GG Äh, ja War eigentlich ganz cool gemacht Trotz, dass wir sehr stark hinten lagen Auf jeden Fall Weil einfach Die direkt zu uns rüber gesneakt sind Clever wie sie waren Das war eigentlich ein richtig guter Plan Von denen Auf der Karte ist es halt wirklich Gut umsetzbar So, da sind wir jetzt wieder in der Lobby zurück Okay, ich wollte eigentlich noch ganz kurz erzählen Ähm Ist eigentlich ganz gut umsetzbar Dieser Plan auf der Map zumindest Ist da richtig gut umsetzbar Hat mich richtig fasziniert Gerade so ein bisschen Und ja Vielleicht hänge ich noch eine Runde hinten dran Ich habe keine Ahnung Und ähm Wenn nicht Bis zur nächsten Folge Oder halt bis gleich Je nachdem Tschüss 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 Tschüss